Die Symptome beim klassischen Locked-In sind immer Wachheit ist vorhanden, vertikale Augenbewegung ist möglich, also die Patienten können rauf und runter gucken und sie können blinzeln. Sie sind dysphagisch, das heißt sie haben eine Schluckstörung, sind damit auch Pneumonie gefährdet. Sie sind dysartrisch, haben eine verwaschene Sprache und das führt sich zurück auf den neunten Hirnnerv, den Nervus Glossopharyngeus und auf den zwölften Hirnnerv, den Nervus Hypoglossus. Die Symptome beim klassischen Locked-In sind weiterhin Bewegungsunfähigkeit, die Patienten sind immer tetraplegisch, sie haben keine Mimik, das ist natürlich eine Besonderheit, weil die Patienten auch mimisch keine Schmerzreaktion zeigen können, obwohl sie Schmerzen empfinden und auch bewusst wahrnehmen. Die Patienten können auch nicht kauen, sie können aber sehen und sie können hören. Beim Sehen muss man allerdings schauen, da können auch Doppelbilder auftreten und mit den Doppelbildern Schwindel und Übelkeit. Bei der Therapie unterscheidet man die Frühtherapie und die Langzeittherapie. Die Frühtherapie findet auf einer neurologischen Intensivstation meistens auf einer Stroke Unit statt. Bei der Basilaris-Thrombose wäre das die medikamentöse Lyse des Thrombus, kann man versuchen bis zu viereinhalb Stunden nach Ereignisbeginn oder eine mechanische Trombektomie, also dann wird der Thrombus mechanisch entfernt. Bei der Blutung kommt ein Gefäßclipping oder ein Ausräumen der Blutung neurochirurgisch in Betracht. Es gibt beim Locked-In-Syndrom keine Kausaltherapie. Hier ist oberstes Ziel, die Sekundärkomplikationen zu vermeiden. Man muss auch unterscheiden, ob ein Locked-In-Syndrom klassisch aufgetreten ist, im Sinne einer Basilaris-Thrombose oder im Rahmen einer Blutung. Schon kleinste Unterschiede in der Lokalisation der ventralen, pontinen Blutung haben unterschiedliche Symptome zur Folge. Also da kann zum Beispiel sein, der Patient kann trotzdem mit den Augen folgen, weil er einfach schon ein bisschen weiter ist. Er kann vielleicht geringgradige Bewegungen führen, weil nicht alle Motoneuronen betroffen sind. Kann auch sein, die Patienten schielen, weil die Augenmuskeln betroffen sind. Nervus abduzens trochlearis sind zentrale Augenmuskelnerven. Die können betroffen sein. Also da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, wenn man den Blick in den Therapiebogen oder in den Arztbrief wirft. Hat der Patient eine Blutung, die im Mesancephalon-Bereich ist oder im Basilaris-Einflussbereich der Basalarterie, dann sollte man immer an ein Locked-In-Syndrom denken und da kommt uns als Pflegende auch eine wichtige Aufgabe zu. Also ein Locked-In-Syndrom tritt auch vielleicht wesentlich später auf. Der Patient kann zum Beispiel in der Klinik tatsächlich bewusstlos gewesen sein. Die Bewusstlosigkeit ergibt sich aber irgendwann in ein Locked-In-Syndrom und wenn man dann nicht aufpasst oder genau den Patienten beobachtet, dann kann man sagen, dass man den Einsatz verpasst hat. Die Patienten sind ja auch nicht konsequent immer wach oder konzentriert im Bewusstsein, sondern wir haben ja oft eine auditive Reizüberflutung, eine visuelle Reizarmut dabei. Die Patienten bekommen gegebenenfalls Medikamente. Könnte sein, die haben gestörten Schlafwachrhythmus, weil sie im Krankenhaus waren, die ganze Zeit unhospitalisiert sind, dann fehlt da einfach die Konzentration. Und wenn man dann den Einsatz verpasst hat, zu schauen, ist der Patient vielleicht im Locked-In-Syndrom oder ist er wach? Kann ich mit dem Kontakt aufnehmen? Wenn man den Einsatz verpasst hat, dann ziehen die Patienten sich oft auch zurück und dann ist kein Kontakt zum Patienten mehr möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020